Grüß euch, da ist der Angel, ich bin gerade im Idyll am Lago, gehe ein wenig am Steg auf und da und schaue kontemplativ aufs Wasser, weil sowas mache ich gerne in der Sommerpause und in der bin ich auch jetzt. Und bevor ich mich aber zur Gänze in eben jene Verabschiedung noch eine kleine Ankündigung, Good News, die frohe Botschaft quasi, im Herbst kommt eine neue Platte. Ein paar werden es ja schon mitgekriegt haben, dass ich in den letzten Wochen, eigentlich in den letzten Monaten, ganz eigentlich im letzten halben Jahr mit vielen lieben Musikern und Musikerinnen im Studio war und an meinem neuen Album gefeilt habe. Es ist eine wunderschöne Kanteplotten, wenn sie hast, Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig, aber das ist okay. Übrigens ist auch genau das drauf und kommt im Herbst raus. Es gibt drei Release-Shows mit der Band, eine im Posthof in Linz am 27. Oktober, eine im Stadtsaal in Wien am 28. Oktober und eine am 14. Dezember im kleinen Theater in Salzburg. Es gibt ein paar Solo-Shows rundherum und ich haue euch das, glaube ich, einfach alles in die Videodescription. Schneide und wünsche euch einen schönen Sommer, indem ich euch natürlich mit der ein oder anderen Information über das neue Kleinod versorgen werde. Ich bin ja kein Unmensch. Alles dann, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns. Fitt euch. Euch auch ins Schlag.